Papa ist immer der Held, das weißt du doch. Nee, er hat das mit Absicht dahin gepackt, damit er der Gute ist. So. Also immer würden meine Kinder sicherlich nicht unterschreiben, aber... Ich sag ja, Papa ist immer der Held, aber Papa ist auch immer doof. Ja. Eindeutig, genau so ist das. Ja. Ich hasse ihn, aber ich liebe ihn auch. Ich hab keinen Papa. Also. Das lässt sich jetzt natürlich definieren, ob oder ob du keinen hast, aber einen biologischen wirst du haben, ansonsten hätten wir ein Problem, weil das hätten wir nämlich Martin nicht irgendwie. Marcel, ich weiß nicht, ob du schon mal was von der Produktion gehört hast. Aber wenn ich nie da gewesen wäre, würde ich mich ja nicht vermissen. Das war zu seiner Zeit schon so in... Ich weiß nicht. Hey, da müsste ja das so für die Jungfrau Maria sein, ohne Video, ne? Ab was? Ich war noch gar nicht bereit, Alter. Okay, das wird spannend. War noch nicht bereit. Nein, wo bin ich denn? Wer bin ich denn? Wer bin ich denn? Ich steige mir doch und was brauche ich eigentlich hier? Oh nööööö. Was tue ich hier? Nö, ich bin immer damit Bot, Alter. War ich auch gestern. Manchmal ist es gar nicht verkehrt, einen Bot zu haben. Manchmal ist es aber total beschissen. Ja, aber wir haben Masch, das ist doch quasi das Gleiche. Das stimmt. Siehst du? Masch hat doch mal seine guten Tage, muss man auch so gestehen. Das ist richtig, aber... Das ist wie ein Bot, hast recht. Masch, Masch... Oh nein, ich hab dir die Pfanne gestellt. Oh nein, ich hab dir die Pfanne gestellt. Henning im Gegnerteam und nen Bot. Das ist das Perfekte. Man kommt gar nicht vorwärts. Das stimmt überhaupt nicht. Ja, natürlich, als ob du nicht nur auf den Bot gehst. Ich gehe nur auf den Bot, ich gehe auf den, der schlecht ist. Wenn der Bot schlecht ist, dann gehe ich auf den. Wenn du schlechter bist als der Bot, dann gehe ich auf dich. Das ist halt ganz einfach. Masch hat nebenbei noch Tetris, Alter. Ja, Leute. Ne, ich spiele Mario. Ja, ich hab Birkel gerade Nintendo entsperrt. Dann macht er immer diesen Top. So, so. So, lauft ihr jetzt noch los, oder? Wir bleiben jetzt so lange hier, bis ihr kommen müsst. Wir müssen erstmal abklären, ob wir jetzt bereit sind. Sind wir alle bereit? Ja, wir sind alle bereit. Okay, dann los. Zusammenbleiben. Malte. Malte. Zusammenbleiben, Masch ist weg. Er hat online gespielt. Jocky. Jocky. Ich hab ihn leider weggenommen, glaube ich. Noch mal schön durchgelaufen. Ah! Machst du das? Warum ist da ein Geschenk? Weihnacht. Das ist Weihnacht. Und was bringt das? Wenn du genug gesammelt hast, kriegst du ihn befreit. Achtung, auf den Bot aufpassen. Jetzt ne Axt, wenn einer möchte. Ich hab ne Falle. Ich hab nen Brecheisen. Mein Spiel ist gecrasht. Ah, ich hab... Oh, dann warten wir kurz. Ja, ich hab heute. Lass uns mal runter... Lass uns mal hier unten warten. Lass uns mal hier unten warten. Hier unten können uns weniger Leute was tun. Geht mir leid, meine kleinen Freunde. Geht mir leid. Geht alles gut. War gar nicht unpraktisch. Schalter. Das GBI? Wir müssen erstmal warten, bis Martin wieder da ist. Es kommt ein Hunter und ein Smoker. Ja, ich hör schon. Ja, wie gedacht, das sind Bots. Smoker... Hat er so? Ja, Hunter ist offen hier. Haben wir. Ja. So, ich bin wieder drin. Und dann nochmal über den Cooldown. Ja, da geht's. Ja, das macht ja nix. Das ist ja normal. Ja, ist klar! Warum von dieser Seite habt ihr gekauft? Ist doch ganz klar, dass... Glück gehabt. So, steht wieder. nicht ganz gestorben ist. Ja, ja, ja. Ja, wisstens, ganz gut. Das passiert. Guter Bot. Hunter! Falsche... Falsche, ein leichter HP genommen. Ja, ich... Es gibt Charger. Charger, weg, 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 weg. Fuck! So... Heil mich mal eben. Warte, warte, der Dings heilt sich. Ja, aber hier vorne. Ich pfeffer noch einen, oder? Ja, das ist weniger gefährlich. Das ist schon. So, Marsch heilen. Es gibt Twitch, glatt. Meinst du? Marsch heilt sich nie. Ja. Dafür gibt's auch einen Tank gleich. Das ist ja gleich gut. Ja, wenn der Tank kommt, dann hat er natürlich ein Problem. Mit dieser Waffen... ...habe wie immer Probleme. Oh, Säure, 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 Säure! Hunter... Schmach kann mir leider nicht helfen, denn er lebt. Ach, schade, ich hab mich nicht in Säure gezogen. Ich bin down. So. Natürlich bist du down, du hattest ja auch nix mehr. Du wolltest ihn nicht helfen. Heilig. Shabba? Smoker? Splitter? Der Smoker müsste noch leben da oben. Da ist der Splitter. Jo, ich heil mich. Oh, Säure, 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 Säure. Marsch, warum rennst du da rein? Marsch heilt dich mal lieber auch. Mach da doch. Mach, Smoker! Das ist der besagte Smoker, der immer noch lebt. Ja, ich hab diesen Splitter eben erwischt. Ich krieg ihn nicht. Schocky! 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 Ja, wir sind auf dem Begel. Hey, hör auf! Nimm das! Smoker gibt's immer noch. Weißt du, kriegst dich darüber auf, dass ihn keiner schießt, aber selber schießt ihn auch nicht. Ah! Booma! Ich hab einen Smoker! Ich bin angerotzt. Smoker? Smoker? Ah! Schönes Ding! Ich war ja angekotzt. Hunter auf mich! Hunter! Roger! Hunter! Hunter! So, heilen! Marsch, cover! Irgendjemand hat mich gemessert? Marsch war das? Nee, was? Ich dachte... Du bist doch nicht richtig besiebt. Du bist doch nicht richtig besiebt. Du bist doch nicht richtig besiebt. Du dachtest, du wärst ein Zombie, weil du täubiert bist. Ich denke immer, du bist Jonas, weil du täubiert bist. Der ist doch gar nicht dabei. Ja, trotzdem... Schöne Gesunsthungen ausrichten. Ich hab irgendwann immer geschubt. Hm... Was macht er? Der letzte Weihnachtsfrau vorbereitet. Boah! Smoker, Smoker nicht! Ja, ne. Liege! Tja! 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 Alles gut. Hat sich gelohnt. Ich brauche dringend Hilfe. Es gibt, es gibt, es gibt Twitch. Falls niemand nicht geheilt hat. Hm... Alle haben geheilt. Tja, ich bin nur eh fast. Die ist doch ein Mini-Fick, Marsch! Das war meine Idee. Wollte ich das Mist 4 ausding sehen hier? Ja! Dann bin ich aber schwarz-weiß, ne? Tuma! Ich hab'n Hunter. Charger, mach mich! Nachladen, nachladen, nachladen! Halte Richtung! Spitter! Ich bin noch dabei! Henning ist richtig! Nein! Nein! Henning hat sich die Absicht in die Säure gestellt! So, da steht auch wieder... So, raus hier aus dem dummischen Todes! Achtung, Säure! Säure, vorsichtig! Hier ist ein Defi, geil! Den werden wir doch brauchen! Da ist ein Hunter! Ja? Lauf ihm doch nicht hinterher, was machst du denn da? Ja, ich hab ein Problem! Ah! Was machst du denn da? Wir haben ja so überstanden! Nein! Ja, lauf! Du bist ein Keck, ey! Du bist echt ein Keck! Oh, mein Freund, Alter! Mach einfach nur... Du musst mal Böhrecht fixen! Ja, der ist so kaputt! Aber er hat mir den Brat von einem auf den Arsch gegeben, nur! Bleib stehen! Ah, schade! Ey! Wir alle sind die Charger! Wir alle? Wir alle? Wir alle ein bisschen Charger! Wir sind Borg! Sie werden assimiliert werden! Ich? Doch, also den Teil mit Widerstand ist weg, muss ich eigentlich ganz gut! Ich auch! Borg! Widerstand ist weg! Wir werden assimiliert werden! Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich finde die eigentlich ziemlich genial in dieser ganzen Check! So, weiter! Ne! Die sind Universum-Vorgs! War geil! So! 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 Die Borgs sind irgendwie so ein bisschen... stief iets behandelt, teilweise. Ja, deutlich mehr. Ja, aber ich hätte deutlich mehr aus dem Haus herbekommen. Weil es immer mal drauf zum Krieg raus. Blitter ist rechts runtergelaufen. Marf doch! Der war eh nicht frisch. Erstmal die Horde abschießen, bitte. Achso, warten, dass sie da oben wieder spawnen können. Erstmal die Horde abschießen. Ruhe ins Spiel bringen. Das war schon der Charger. Ja, da ist er. Ja, da ist er. Nice. Ja, sehr gut. Nein, komm schnell hier hoch. Einer liegt. Und jetzt rein, rein. Ja, genau, du springst rein und ich werde geholt. Ja, können wir direkt rausgehen. Ich bin zur Seite gegangen. Wir sind alle unten. Wir sind alle unten. Ich hab so eine Haare gesunken. Alle liegen und Haare gesunken. Ja, ich versuch mich gerade runter zu kämpfen, was soll ich denn machen? Ohne selber zu sterben. Wie soll es sterben? Das ist echt cool. Ja. Ich krieg den Jum. Nöööööö. Haß hat mich. Ich muss ja auch noch mal ein paar Punkte machen hier. Aber ich kam wirklich nicht runter. Erstmal habe ich nichts gesehen und zweitens kam ich nicht runter. Das war scheiße. Das ist die mit Abstand kritische Stelle auf dieser Karte. Die kann über alles entscheiden. Oder auch nicht. Andere Stellen die über alles entscheiden können. Ja, aber hier, das ist so oft, so oft wird hier das Spiel entschieden. Ja. Das ist echt ne dure Stille. Oder Brigade. Wenn man sie geschafft hat, ja. Ja, muss man Ante Treppeln nehmen. Äh, Ante, Leiter. Das stimmt, weil auf der anderen Seite genau das gleiche auch passieren kann. Ja, doch, doch gibt's keinen Schatz. Nein. Natürlich kannst du dauernd runter schaden. Ja. Nee, doch gibt's, äh, Rand. Aber du kannst nur nach rechts runter. Ja. Nicht von ganz oben, aber von einer Etage tiefer. Wenn da einer hochkommt, den kannst du auch weg. Ja, aber bist der AC sowieso. Ja, kann sein. So, was ist jetzt? Sind wir so weit oder nicht? Oder wie? Aber die nimmt ja nie jemand, die Treppe. So, ja, ich bin bereit. Die Vögel sind auch bereit. Zwei und zwei. Ohne Zeit. Hier ist ein Moment. Hunter, Hunter rechts. Ich habe einen Jockey. Eh, Tata. 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 Ja, hat mich. Ah, die sind Zombies. Das Schlimmste am Left-Up sind die Zombies. Ja, ich weiß nicht, dass ich das räume. Ah, sorry, sorry, sorry! Ich fliege! Nein! Ja, F1. Was tut er aus? Kappa. Kappa. Kappa, 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 Kappa. Charger! Ah! Rechts liegt Henning, der sich grad geiler hat. Schmaß, Wonka! Ja, jetzt kommst du sehen. Boomer! Aber ein bisschen... Bist du gefrei? Ja, ich bin befreit. Ja. Ich bin da... Der Boomer steht leider doof neben mir. Ich hab Boomer, Gott sei Dank. Alter, wieso? Da stehen zwei Leute vor mir und es kommt aus der Richtung ne Horde auf mich zu gelaufen. Schießt der auch gar nicht? Äh, doch, aber das ist halt... Alter, wer schießt denn da die ganze Zeit auf den Lieb? Äh... Ja, also schießen tut sie. Schalk die... Nur nicht auf die Zombies. An, ciao! Wo? Äh, ihr seid alle weg gelaufen. Ah, der kommt da ja wieder hin, das ist ja kein Problem. Der Monster. Nicht schießen! Nein! Ah, der ist schlecht! Warum schießen uns erlascht? Alles gut. Ich hab mich gerade geheilt! Ich bin schon wieder rot! Und knapp mal 5 Meter vom Safe-Room. Was machst du da vorne eigentlich? Danke! Fuck! Laufen! Ich liege! Jockey! Oh, fuck! So, jetzt... Jetzt war Gas hier. Smoker! Nein! Schieß, 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 schieß! Nein! Mashed, sofort heilen! Wie ist das passiert? Sofort heilen! Heilen, Mashed! Cover, Cover für Mashed, Cover für Mashed, Cover für Mashed, Cover für Mashed, Cover für Mashed. Cover für Mashed, also Smoker. Okay, gut. Mashed, verteilen. Verteile dich im Lerz. Verteile dich im Lerz. Also, wie konnte... Äh, wie haben die sich befreit? Ich weiß gar nicht... Habe ich der eine Smoker oder der andere? Ich weiß gar nicht... Ich weiß gar nicht... Smoker, Boomer, Jockey ist ja alles! Smoker, Boomer, Jockey ist ja alles! Smoker, Boomer, Jockey ist ja alles! Ich liege klar, ich habe Pillen oder sowas? Ne, ne? Nö, wir haben gar nichts! Doch, wir haben... Schmeiß doch die Kotze irgendwo hin, Leute! Ah! Jetzt ist das schon so heiß, ne? Kann ich gut sein, ne? Kann ich gut sein, ne? Hattest du nicht noch einen Medi-Track-Master? Hä? Ja, hatte ich! Das liegt doch da oben! Das liegt doch da oben? Das liegt doch da oben? Ja klar, hat ja keiner mitgenommen! Ja, warum nimmt der das keiner mit? Ja, warum nimmt der das keiner mit? Smoker hat mir jetzt! Mann! Mann! Oh Leute! Ganz oben! Weg vom Zeuge, Hennig! Könnte Hennig auch noch mal sterben, Alter? Das ist doch Handy-Pack! Hat sie ihn! Hat er aber noch eins! Ja, dann hast du es irgendjemand anders genommen! Ich hab dich, ja! Oh, was ist denn hier los? Ja, toll, jetzt sehe ich auch nichts mehr! Ja! Ja, ist... Oh! Aber get on! Ja, das sind beide Puppliesen! Wichtig! Alter, das kann aber nicht sein! Ja, sehr wichtig! Ja, sehr wichtig! Es bauen so schnell! Es hat so ein bisschen miteinander! Wahnsinn! Ganz einfach! Wenn du es nicht schaffst, weiterzukommen, ist das tödlich! Das Problem hatten wir gerade! Wir sind ständig da stecken geblieben! Aber auf einem anderen Grund! Das war eine Höhlendifferenz! Kann man eigentlich im Safe-Room schon stehen? Wir warten ein bisschen, Henning! Hier ist du direkt! Nicht direkt? Wo bist du denn überhaupt? Was? Ich weiß ja! Bist du verrückt? Wir müssen... Wir müssen sie sofort im Safe-Room töten! Das wäre super, aber... Sofern ihr keine Taktik habt, die das garantiert macht, dann würde ich sagen, machen wir lieber das, was am meisten abzieht! Richtig! So, dann... Go, würde ich mal sagen! Ey, warte! Ich muss doch Lala laden! Warte, musst du Lala laden? Nachladen! Achso! Lala laden, Alter! Lala! 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 Klön, wer Costo! Those', the franchise! Lala! 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 Wieso bin ich denn fast schon tot? Was ist das hier? Ja, das ist das. Sei froh, dass ihr noch lebt. Ja, danke. Aber wir sind schon weitergekommen. Ja, die anderen waren schon eher tot. Ihr habt schon mehr Punkte als wir. Habt ihr schon ausgelöst? Nein, hab ich noch nicht, weil ich jetzt... So weit seid ihr noch gar nicht. Doch, jetzt aber. Smoker! Tata! 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 Oh, der kommt. Smoker, Smoker! Ja, das war dumm. Ne, war gar nicht so dumm. So, Haro, wir schicken nicht auf. Außer gleich kommt ein Tank, dann war es dumm. Naja, das ist nicht das letzte. So, dann ist er, dann war es halt gut. So, dann ist er, dann war es halt gut. So, da vorne, ne? Ihr wisst gescheit. Hallo, warum schießt du? Da war Puma hinter dir. Wir haben die Witch geschossen. Haro! Jocky und Hunter! Oh, Jocky, hab ich! Hunter! Boah! Ist noch einer, aber ich wohne aus Smoker. Du kannst nicht alle zwei Sekunden deine Zunge da raus holen, Alter. Das geht aber ganz normal. Tank! Tank? Ja. Okay, dann bleiben wir hier, oder was? Ja, bleib. Lass das mal. Da humpelt einer nur noch. Ich hab nur mal gesehen. Ach, scheiße. Ha, 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 ha! Ja, ich dachte... Ja, ich dachte... Amashi ist gerade... Amashi ist gerade noch Feuer. Warte, 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 warte. Training! Was denn? Du wolltest nicht in die Wiese Richtung laufen. Wieso nicht? Jo, was sind wir denn? Das ist Feuer, Alter. Das liegt ja, ne? Kann ich mal auf das Ding schießen? Aber ich bin doch mit Feuer... Was, er steht? Nein! Nein! Mach mir das! Einfach Treppe hoch! Treppe hoch! Treppe hoch! Ja, das sagst du so einfach. Ich singe da nicht mal ne Treppe. Doch! So, wieso ist der Hunter jetzt... Wieso ist der Hunter jetzt nicht hinter ihnen her? Dem einzigen, der noch läuft. Weil er mich an... Weil ich schon gestorben war und der auf dem einen verbrauch war. Weil er lieber Schaden machen wollte. Ja, Dan! Da hin ins Haus rein, bei den großen Fenstern. Pass auf, Hunter, komm! Achso, ich bin doof. Okay. Aber bei Gebrauchen sehr gut. Sehr gut! Was sind noch gekrächt? Sehr gut! Der Tank ist sauer, das läuft mit Autos. Ja... Verdammt! Scheiße, das ist natürlich ein... Das ist natürlich doof. Aber... Ja, der Charger, der ihn genommen hat, war ich. Und war... Verbrennend. Also... Ja, ja, ich hab das... Ich... Da war da die... Der Molotow guckt hier noch ganz gut. Ich dachte, der wäre schon down und hab deshalb auf den anderen geguckt. Und dann hat plötzlich irgendwie... Hab ich ziemlich viel Schaden gekriegt. Da hab ich was... Ausreden über Ausreden. Ihr könnt doch einfach mal sagen, dass ich hier einfach gut gelaufen bin. So. Du hast den Rücken geschossen! Ja... Also... Es geht nicht immer nur darum... Ja... Du bist ja soooo gut gelaufen! Ja... Okay... Also... Dann sterb ich halt. Ja, aber ich werde dann auch nicht von diesen Arschlöchern, die mit uns in diesem Scheiß-Bunker sind... Becovered, dass ich auch mal schießen kann. Ja... Wobei... Das ist manchmal tatsächlich noch ein bisschen extremer. Das ist manchmal tatsächlich noch ein bisschen extremer. Nein, ich hatte noch. Nein, ich hatte noch. Nein, ich hatte noch. Okay, ich sag nichts mehr. Das ist richtig... Richtig gut gewesen. War richtig toll. Schön, dass wir darüber gesprochen haben. Ah, Jockey! Ah, ist okay, Jocke! Was denn? Ich hab das nicht mitgekriegt, dass du mein Problem hast jetzt. Ich hab das nicht mitgekriegt. Ich hab das nicht mitgekriegt. Ich hab das nicht mitgekriegt. Oh, Armageddon hat so schiefes gekriegt. Was ist das mitgekriegt? Wunders kann, dass er Armageddon nicht geholt hat. Hat auch nur elf Jahre gedauert. Nein, zehn. Deutsch gedämt hast? Hey, wir haben 22. Gibt's dir was Gutes? Nein. Nur schlechte Dinge. Okay. Charger! Charger. Rett'n Charger und die Hand. Oho, ich hab gleich beinigst hier drin. Charger! Genau! Oh! Da war ein Gasflasch hinter. Was? Hallo? Die Gasflasch habe ich hinter dem Charger nicht gesehen. Moka? Mokka? 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 Freiheit gemäß dem Motto, oh ich hab ihn gerade gerettet. Brrrr! Wir sind für sicher. Komm rüber jetzt hier, aber... Rechts. Nichts rüber. Nix rüber? Bleiben, bleiben, bleiben. Oh, ja geht mal lieber rüber, also... Von uns, von uns müsst ihr nichts mehr erwarten. Nö. Shit. Boah, kackt ja gar nichts. Hunter! Nimm Auto, nimm Auto mit, nimm Auto mit. Auto mitnehmen. Haben wir Feuer? Nur mit Autos. Ja, wir haben Gallen. Doki ist hinter uns. Irgendwo. Da ist jemand sauer. Können wir ihn mal nach vorne konzentrieren? Ja. Harok, kommst du? Ja, ja. Harok, gehen wir nicht drauf? Nein, warum ihn? Okay, einer... Einer ist zurück. Oh. Wer alleine war? Ich weiß nicht. Ja. Ja. Ist natürlich doof für dich. Alles gut. Oh, ich hab Boomer gesehen. Ja. 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 Ich bin der da dir, ne? Volker. Ja, ja. Ich bin der. Tank und Jockey auf der linken Seite. Gut. Ich hab mich geopfert von meinem Team. Moka. Tata. Hilf mal Malte, hilf Malte. Hilf Malte, der ist drin. Ja, ja. Ich liege. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. So, Tank, jetzt haben wir auf den Tisch hier. Oh, Alter, sag mal. Renn im Kreis. Renn im Kreis. Renn im Kreis. Raus und im Kreis. Ich bin tot. Ich hab noch einen Medipack im Notfall. Oh, Scheiße. Ach, du sollst doch rennen. Rechtsklick. Rechtsklick. Was ist Schaufel? Was ist Schaufel? Von allen Seiten. Was ist Schaufel? Ja. Benutzt Schaufler. Benutzt Schaufler ein. Ja, du bist auf dem Spiel. Schaufel, die du da eingestramt. Ja. Mach ich auch. Hab ich gesehen. Hab ich gesehen. Du musst aber echt pumpen, Marcelo. Super. Du bist aber echt breit geworden. Wenn die alle wegrennen, ey. So. Er muss immer allen hinterherlaufen. Ach so, Marcel. Ich sollte ja noch sagen. Martin macht morgen Homeoffice vom Bett. Oh, der schläft morgen ne Runde. Das war komplett schlecht. Wir haben was besseres ausgemacht. Weißt du, wir waren hier so ne halbe Stunde vorher drin. Und der geht mir einen vor. Und sagt, da muss er morgen auch noch arbeiten. Da hab ich gesagt, kannst ja Homeoffice machen. Nee, du hast gefragt, ob ich arbeiten muss. Ich meinte ja. Und du so, du arme Sorte. Ja. Wunderbar. Du kannst ja nachher mal mit Marcel reden. Vor allem ist das auch total geil. Ich muss Homeoffice machen. Als würde er jemals was anderes tun. Ey, am Dienstag musste ich ins Büro kommen, damit ich mehr Geld bekomme. Stell mich mal nicht als schlechten Menschen da, Jan. Nein. Ja, aber ich hab die nicht gesehen. Nee, weil du bist ja das nur für... Du weißt ja eigentlich, wie lange er im Büro war. Ungefähr genau so lange, wie es gedauert hat, den Zettel zu unterschreiben. Ich hab den Termin ja tatsächlich den Abend vorher oder die Nacht vorher verschoben. Ja. Schmoker hinter uns. Hat mich. Danke. Litter Boomer. Geil. Haben wir gut gemacht. Ne. Feiner Lumpy. Feiner Lumpy. Du Haarock hast Punkte gemacht. Ah! Warte auf mir. Was ist das eigentlich in der Dings? Ich mach ne Solo-Action ab. Mehr als... Ich mach ne Solo-Action ab. Ich mach ne komischen Kreis um mein Fadenkreuz. Ist das neu? Ja, wenn du zu oft rechts geklickt hast, dann kommt das auf ein Kreis. Ja. Aber warum? Warum? Hallo? Versuchen wir es 20 mal zuzuschlagen. Ey, man kann es doch einfach nicht mehr. Ja. Bom. Damals gab es das noch nicht und da wurde dann festgestellt, das ist zu stark. Ach, Rechtsklick ist zu stark. Okay, okay. Ja, schon wieder. Rechtsklick ist zu stark, deshalb wird er jetzt abgeschwächt im Ding. Warte. Oh, Boomer. Die gehen runter. Komm, komm. Die Scheiß-Sombies können die nicht mal... Da, Boomer! Ja, danke. Marsch hat ihn getroffen. Belast du das, belast du das! Nein, schön, bis dein Henning, sehr gut. Ich häng' hier fest. Aber Gregel, da ist sehr gut heraus. Ja, leider nicht mehr. Ja, mach nix, der war doch gut. Nicht schon wieder hier sterben, jetzt lass uns mal hier weitergehen. Habt ihr schön gemacht? Ich wundere mich gerade, warum? Warum sind meine Spawn-Zeiten denn so krass hoch? Wir sind ja auf der Fiat. Ja, wir sind... Ja, genau. Schön, dass wir darüber geredet haben, Alter. Guten Morgen, Herr Martin Satovsky. Wie geht's denn so? Jo, jetzt wissen die ganzen Leute aus dem Internet meinen Namen. Alles klar. Ja, aus dem Internet, ja. Weil so viele bei uns diesen Stream gucken. Wo mal irgendwo? Aber Internet ist doch für uns Neuland. Ach, was hast du denn? Wo ist das denn? Wo ist das denn? Wo ist das denn? Wo ist das denn? Wenn ich draußen ein Highlight schneide, dann... Lass das, Dinger, Nick. Henning, kann ich da so einen Piepton drüber setzen, ansofern man nicht sofort gesagt hätte. Henning, lass mich. Mach mal. Also nicht jetzt. Nicht jetzt. Im Nachhinein. Ja, jetzt wirklich keiner zu. Ja. Meinst du? Ja, meine ich. Ja, davon ist einer so zu stammert gemäß da drinnen. Ja, mega, mega. Oh Mann, Alkohol. Bis dann, bitte. Danke. Ich habe ihn, meine kleinen Freunde. Der Opa ist alleine. Wer handert da so rum? Ich habe ja irgendwo. Ja, ich habe ja. 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 Warte, dann bleibe ich bei. Ich gucke nochmal. Ah. Boah. Ich glaube hier. Ach. Wir müssen nochmal alle zurückkommen. Ja, wir arbeiten dran. Dank ist da. Frank ist schon da. Na toll. Ja, und er ist beim Marscht. Wir kommen jetzt ganz bestimmt nicht rüber zu euch. Komm du lieber zu uns. Komm. Ja. Ja. Ich bin hier oben. Ja. 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 Ja, ein Charger vor dir. Ja, ist uns. Du stehst auf dem Auto, Heinrich. Das ist unglaublich. Du hast hast da. Was soll ich denn machen, wenn unter und nichts ist? Egal in welche Richtung ich laufe, überall war nichts. Zickzack, zickzack kann ich machen. Oh Mann ey, jetzt müssen wir noch mal ein bisschen reinhauen hier. Macht ihr denn die erste Runde, bevor ich da war, besser? Äh, nein. Die waren schon vorher besser. Die waren schon mega besser. Hier unten liegt Gufus, falls einer Bock hat. Jop, hat er. Dann nehme ich die Waffe. Marcel, kannst du hier sowas machen? Ne, da, ich will hier von hier machen. Wichtig ist, dass ich hier irgendwas habe. Ja, leck. Ich bin grad nicht raus. Was? War ein Boomer? Ich bin raus. Das ist so gut. Nein! Warte! Was? Oh, Harok, wo bist du denn gelandet? Was war das? Moment, Henning, was hast du gemacht? Wie war das? Hä, aber wie geht das? Wo bist du denn? Der ist aus dem Level. Das war richtig cool. Ich sag dir ja, Marcel, bereite mir vor. Ah! Ah! Das war ein Highlight. Wir können das sehen. Kann sein. Kann sein. Mal wollen wir jetzt mal beenden. Beende doch mal eine jetzt hier. Ja, Marsch. Gib Gas. Hast du einen? Hunter! Marsch! Was für ein... Jo... Bei mir bist du gerade losgesprungen und dann sitzt du schon auf mir drauf. Komm wieder dahin, ey. Hier ist ein Molli, äh, in der Galle. Dabei ist der Kling gar nicht so schlecht. Dabei ist der Kling gar nicht so schlecht. Braubombe vielleicht trafen. Ja, genau! Komm, Jockey. Hopp! Nö. Doch, kam er. Okay. Er kam nur nicht an, aber er kam. Zusammen, 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 zusammen. Wo bist du? Zusammen. Ja, wo müssen wir uns treffen. Das bringt nichts, fragte. Aber dieser blöde Jockey ist sowieso immer diese Autos jetzt in Karte, ey. Was war das mit dem Charter? Komm, Hunter. Ich habe auch verkackt. Boah, was so? Boker. Ja, ich bin auf der Such gerade. Reloading. Wir haben alle verkackt. Okay. Eigentlich nicht nur ich. Das war Bot. War kein Bot. Wir haben auch keine Vor. Wir haben auch keine Vor. Wo hast du den Bot gefunden? Wir sind 4 gegen 4. Wer hat doch schon festgestellt, dass Masch-Bot ist? Masch ist immer ein Bot. Ja. Das sag ich immer. Er ist ein Noob. Ein Noob? Oder ein Noob? Masch will, dass du ihn unterschätzt. Sehr gut, Hunter. Ah, hat's, hat's. Hä? Hast du Jockey auch nicht? So, jetzt, 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 jetzt. Wo bist du? Wo ist die Säure? Sehr gut. Ich hab leider keinen erwischt. Scheiße. So, jetzt, jetzt, jetzt. Ich hab keinen erwischt. Ja, ich wollt ja. Aber ich wurde erschossen. Oder gerechtsklickt. Oder eh, beides bei ihm. Geht's doch gar nicht hin? Dann können wir weiter. Weil ich erst gerechtsklickt sind da erschossen. Irgendwas. 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 Sorry. Ach, das Malte in der Folge. Ach, das Malte in der Folge. Ich weiß nicht mehr, wie man hier gewusst. Nicht nur Treppen sind seine Stäche. Malte ist ein Glitch. Ja. Henning, hau ab. Der Bob ist tot. Ja. Bunker hat dich zurück. Läuft, ey. Läuft. Immerhin der Smoker hat einen. Ich sage immer, einer von uns verfehlt wird. Ist alles gut. Ja. Ja. Ja, das ist auch so. Das Problem ist, es müssen ja mal zwei verfehlen. Ja, Munition. Es bringt doch nichts, wenn wir einen ausschalten und der Rest ins Ziel kommt. Hier in dem Raum. Anderen Raum ist Munition. Wir müssen jetzt auch mal langsam was machen. Da. Der steht direkt ab. Wo? Ja, aber in verschiedenen Richtungen. So, jetzt. Alarm. Komm, jetzt holen. Holen, holen, holen. Komm hier nicht. Boah. Ja, komm jetzt. Rein, 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 rein. Was ist denn los? Mein Interesse nochmal. Wenn ich denn der Einzige, der hier Schaden macht oder hab? Hier ist Galle. Gerade der Einzige. Ja, eine Kletze. Es ist nicht mal übertrieben. Hunter. Mit Speedhand. Ah, Jockey. Umdrehen, Jockey. Ja, ich hau schon. Danke. Fuck, ich hab noch Robombo geschmissen. Jawohl. War ne Ecke. Vorsicht. Ich hätte mir den Einzelnen nehmen sollen. Verdammte Scheiße. Zum Beispiel. Ah, sowas blödes. Komm, 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 komm. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott ist das. Warte. Jetzt, jetzt, jetzt. Na, Hilfe. Nein. Ja, Scheiße, es gibt Treppe. Ja, ja, ja. Kommt der da oben klar? Komm, jetzt, 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 jetzt. Ja. Jetzt nicht mehr. Oh, Scheiße, ich hab Charm, Charm. Schön. Ja, gehalte. Hast du? Ist frei? Ne, ich liege. Ich seh nicht so viel. Alter, bist du eigentlich denn hier fest? Das ist doch so ne Scheiße. Ich liege hier hinter dem liegen gebliebenen Boss. Ja. Ich liege hier mit der Schuss. Ja, was macht der? Was? Komm mal, Schreiner. Ja komm, Schreiner. Super. Ich glaub, der Bus ist... Super. Hä, warum? Hä, ich hab dir die da oben oben. Ja komm. Das ist nicht so. Hä? Ich steh da gar nicht drinnen, Alter. Da kommt ein Charger hinter dir, Volker! Hobe ich, hobe ich, hobe ich! Oh, der hat vollkackt! Rechtsklick auf Zoe! Volker, knackt der drinnen liegen rein! Nö! Nö! Komm, jetzt rechtsklick auf Zoe! Ich bin tot! Gehen weiter! Rechtsklick auf Zoe! Schnell, schnell, schnell! Erst rechtsklick auf Zoe und dann Francis! Okay, warte! Nein! Wo ist der? Tade! Volker, löst er aus! Ist doch schnauig! Ah! Hat er einmal Kettung schon gemacht, deswegen kam die Morde jetzt ja! Ja! Ich denke, wer hat damals schon Bunker? Aber schön, dass Aarok gleich zu Anfang an schon trifft, ne? Ich wusste gleich, dass du auch gehst! Ja, sag ich auch nur! Ja, der ist weg! Es ist das Gegenteil passiert von dem, was sie wollten! Wir haben nur noch Schub gegeben! Ja... Das ist leider so... Mann! Was ist denn das hier? Wir sind hier bei der Treppe oder was? Stau! Ja! Oh! Beine hängen geblieben! So, sind wir bereit? Ja! 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 Kuma! Hab ich! Ah, ne! Ich hab's! Jetzt! Ach, scheiße! Taki! Taki! Taki, unten! Taki, unten! Hinten! Ich seh' dich nicht, links, rechts, vorne, hinten! Hinten, drei, alles gut! Okay! Rush! Push! Er hat noch den Mashed gesagt. Galle rechte Seite hier drin im Lager. Ja. Zehn. Und Molly. Und hier Munition. Hier ist noch ein Torbombe. Wir haben Charter. Leute! Ach man! Ah, was hast du gehört? Ah! Du sagst, ich sollte zur rechten Seite gehen und lässt mich alleine. Was stimmt denn mit dir nicht? Hunter! Rechts. Links Marsch. Das andere steht. Ja nicht. Bunker. 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 Bunker ist egal. Bunker ist egal. Ja. Bunker ist egal. Ja. Das ist geil gewesen, Alter. Bei uns läuft einfach. Wir sind einfach durchgelaufen und nicht miteinander gesprochen. Aber es hat funktioniert. Und bei denen so, kommen wir rushen und alle BUSCH. Und wir müssen mal eben heilen. Das ist schade. Was bitte? Das ist schade. So, heil dich jetzt. Ja, ich versuch's. Ich arbeite auch dran. Versuch Nummer 2. 2. Ah, Bullshit! Ah, Scheiße! Und meine kleinen Freunde einmal gruppieren hier. Jo. Boah. Tank haben wir nicht, ne? Doch. Ich hab's nicht. Vielleicht später. Ja, natürlich. Okay, Wuhu. Vielleicht hier vorne schon. Oh, es tut Dinge. Hab ich Boomer. Spinner? Smoker? Boah. Sehen wir nicht. Ich kann nicht. Aber ich sehe nicht. So, das ist ein Arter. So, ich hab nicht gesehen, dass den schon hat er. Ja, ich hab den Smoker, ja. Jockey, Jockey. Danke. Jockey auf Marcel. Passivation. Jockey. Hör auf mit Rick. Kannst du jetzt niemanden mitkicken darf? Nein! Kannst du nicht. Abgesprochene Teamangriffe funktionieren bei uns nicht. Ey, überhaupt nicht erstmal spontan geschehen. Das ergibt sich aus der Situation heraus. So, und direkt weiter. Ja. Warum das denn? Ihr müsst euch mal mehr Zeit lassen. Henning! So schleifst du auch immer länger in den Päumen. Ja. Das gefällt ihm auch nicht. Nee, überhaupt nicht. Ich erinnere mich an eine Zeit, wo mir immer vorgeworfen wurde, ich würde vorrushen. Dochmals. Ja, aber damals sind wir auch nicht hinterher gekommen. Ja, ich bin jetzt schneller geworden. Ja, ich bin jetzt vorne links, glaube ich. Hier, Hunter. Achtung! Hunter, Charmer, Smoker. Was? Charger, alles. Hunter auf Smoker. E-Tour! Hunter und Smoker. Sorry. Ja, stopp, das habe ich nicht. Charger! 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 Hat mir? Nein, alle, nicht. Hat mich. Hat mich. Ich sehe nur, dass ich dein Leben heilen gleich. Ja, ich heile mich jetzt. Halt. Cover! Es geht besser. Ja, wäre super, aber man kann nicht alles haben, weiss. Hey, Munition! Masch, du bist alleine? Hey, bei mir Munition. Nein, Masch ist nicht alleine, er hat Munition. Hehehe. Cover me while I hear. Ach, ist okay. Er hat seine Freiheit und Freude bei sich. Ja. Deswegen legt er sich doch erstmal hin. Nooo! Smoker! Im Haus. Hunter hat mir. Schön immer rauf auf einmal, Masch. Masch heilen jetzt. Ja, das war was. Jetzt! Da ist keine Witch. Ich Masch doch lieber die Tabletten, bevor er sich heilt. Ja, da ist kein Blumen. Nee, das ist nichts. Wir müssen hier! Ah! Ah, total! Hähä! Ja, total mit dem Display! Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Neid noch mal. Vorsicht von der Säule! Ich musste er ausrufen. Ich bekomme nichts. Ich bin drückt hier. Da ist es der Säule. Hier ist Kotze, richtig viel Kotze. Katletten und sowas werden mal cool, ne? Das wäre super. Mal da unten, mir gibt's schon ein Medikit. So, will die noch eine heilen? Ja, ich bitte. Schmucker, Schmucker. Cover. Weg. So, Marsch heilen wir irgendjemanden, such dir einen aus. Ja, ich muss. In dem Helm. Machst du sie einen aus und heil sie selbst. Ja. Na, ich hab... Das war... Bereit? Ich danke dir. Schmucker. Schmucker. Schmucker, raus, genau. Bereit? Ja. Schmucker, mach einfach. Hä? Jaaaa. Jaaaa. Der geheime Pixel, Alter. Ich brauche Kapazitäten. Okay, meda, meda, meda. Hey, falls du mich durchmachst? Hey, ich hab... Ich hab... Ich brauche jetzt die Leute. Achso. Ja, warte ich weg. Ich hab Kotze, Mummas Kotze. Ja, ich auch. Aber warum? Das reicht leider, oder? Oh, schade. Marsch, wo bist du? Ich bin down gleich. Ja, Marsch. Ja, du kriegst gleich... Hunter. Ah, war das falsch gerade? Na, jetzt... Jetzt das Handling passt da auf. Jetzt hätte ich doch vielleicht lieber... ... selber das Affenaline genommen. Sollen wir? Oh, ja, toll. Wer rechts kriegt denn da? Ja, ich... Ich... Schade hat mir... Oh, ein Schiss zurückgetragen. Oh, wo bist du denn? Wir haben einen Smoker hier. Ich bin da so schön oben auf der... Marcel, Marcel, zu deiner Linken. Ich schade mal. Ach, bin ich grün? Antje? Ich... Noch. Ja, doch. Marsch, verteidige dich. Du hast Kotze, ich wirf das doch und dann die Holze gehst. Auf dich, oder was? Leid. Jockey hinter uns. Alter, wieso... Wieso hört die sich halt vorne nicht drauf? Ich bin da. Obwohl die Horde aufgehört, oder? Ja, zwei. Wo sind die Horde? Ja, die machen wir gerade kaputt. Aber... Gehst du hin, bitte? Oh, Mann, dieser Toll-Kum an der... Scheiße, der steht noch. Geht er raus. Oh, Marsch ist recht fliegt. Ja. Aber... Ich bin gleich tot. Ich bin tot, Leute, ne? Ich bin tot. Der Marcel ist immer als erster tot. Ja. Die lassen mich aber mal liegen. Die hören dich immer nicht. Geräusche, Kalt. Kann man hier mal den Schlipper-Mann da holen, ne? Machst du das sehr langsam. Ich... Mir geht's schlecht. Ja, was soll ich denn machen? Ich hab die ganze Zeit Horde um mich rum. Ich hab'n Guma um mich rum. Ich hab'n Guma um mich rum. Boah. Boah. Also ich mein's ja nicht, ne? Henning hat da ja was in seiner Tasche. Und sollte er sich beilen. Boah. Boah. Ja, ich lieg' auf. Nein! Na bin der Krieger! 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 Alles muss der Boomer machen! Ja! Ah! Jetzt kommt er wieder mit seinen assistischen Sprüchen! Oh Mann! Uiuiui! Ich liebe diese... Pistole! Haben wir jetzt mehr Punkte als die? Nein! Nein! Also in dem Level habt ihr mehr gemacht! In der Start ja, aber so nicht! Ja im Level, ja ja! Im Level ja! Das waren nicht viele, das stimmt! Schlecht! Schlecht! Aber Hauptsache! Hauptsache mehr! Hauptsache mehr! Nur schlecht! Sehr schlecht! Hat jemand gesehen, ob ich mehr Punkte hatte als Malt? Nee, Gottes weniger! Was? Was können wir machen? Andy? Ja, angreifen! So! Ich hab schon mal die Ruhe weggemacht! Oh fuck! Jocky! 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 Warte! Warte! Geh doch raus aus der Säube! Ja, würd' ich ja gerne! Ich hab noch niemals einen Punkt dafür gekriegt, dass ich ihn getroffen hab! Einen Punkt hab ich! 1, 4, 8! Oh, jetzt hab ich 4! Ich bin sehr glücklich! Vorne liegt der Defi, hier liegt noch ein Schläger! Hausthaler dreht durch, ne? Hallo! Warum werde ich denn von so nem Farbfass blockiert, alter? Aus Sicherheitsgründen! Genau, Aus Sicherheitsgründen! Warte! Warte! Ist der eine? Nein! Jetzt holt's an Beckel! Nein! Oh, Mann! Oh, Jocky! Jocky hat nicht verkackt! Boah, scheiße! Aroh, komm jetzt hinterher! Du musst dich nachladen und dabei clean bleiben! Doch! Hab ich auch gar nicht! Doch, hab ich gesehen! Du hast nachgeladen und da bist du erst aufgestanden! Aroh, komm nur eine Sache gleichzeitig! Ha, ha, ha! Ha, ha! Ha, ha! Hat jemand die Rohrbombe mitgenommen? Nein, okay! Ich hab keine! Nein, da lag vorhin einer auf dem LKW! Boah! Hat er! Feuer! Feuer! Wir müssen ihn auch schießen! Nein! Nein! Ich find das gut so! Was ist das mal mit dem Ash? Wo bin ich denn hier? Achtung, wir sind in eurem Haus! Ja, wir sind gerade hier! Hat er nicht? Draußen? Nö! Hier sind Pillen! 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 Leute, da sind Brillen! Äh, Pillen! So, kommt der jetzt! Irgendwo ein Puma und Smoker! Smoker verkackt immer! Jo, warum schießt man denn da drauf? Der Smoker will es immer noch! Nice spawnen ist besser! Hier ist ne Pipebomb! Was machst du denn da? Nice spawnen! Ich verstehe es nicht! Alter! Wenn Henning springt, dieses Geräusch kommt bei mir an! Und dann ist er ganz plötzlich auf mir draus! Ah, Smoker hat nichts! Smoker! Danke! Hier! Ja! Ja, ich hab ne Rohrbombe! Äh, ich hab ne Molly! Rohrbombe Molly! Boomer? Ist der irgendwo Boomer! Ja! Ach, wie dein neues spawn ist! Der war so langsam! Ich hab seinen Bauch noch gesehen! Ah! Niemals! Woop woop woop! Oder dann war's dann fetter hinterher! Rohrmode! Rohrmode! Ah, leck, leck, leck! Will auf dem Dach! Habt ihr auch leckt? Charger! Schön! Ja, schön! Oh, Hunter! Oh, knapp daneben! Oh, ne! Doch nicht! Ich hatte ihn! Du musst mich gleich mal heilen! Kann ja jeder wollen. Ach, wieso? Wir sind jetzt endlich tot auf dem Dach. Wir sind erst nicht mehr auf dem Dach. Gut. So, Harrog, heilen. Ja, mach das mal drinnen hier. Harrog, geh in den Safe-Room. Geh in den Safe-Room. Wir machen Kroner, Hauland. So, los. Los. Jockey auf mir, Jockey auf mir, immer hauen oder so. Gummist du denn? Ja. Hier unten nimm er doch. Hä? Hand hat nicht. Jetzt schnappt euch mal wieder Zoe. Die heilt sich jetzt nicht auf gerade. Irgendwo ist ne Smoker? Ja, unten im Wasser. Ah, mag ich gerne. Es ist ausgelöst. Geh weg! Smoker ist tot. Geh weg. Er ist nicht mehr im Wasser. Oh, Jockey? Im Haus? Hinterm Haus? Macht er die Tür kaputt? Das ist vor dem Haus, nicht hinterm Haus. Oh, ja, sorry. Oh, ja, sorry. Muss jemand hier kaputt machen, bitte? Das ist ein gewaltiger Unterschied, wenn wir das Leben gar nicht wollen. Kann jemand hier kaputt machen? Ja. Ja, machen wir doch. Das muss man sich zehnmal empfehlen. Da hat Volker aber eindeutig recht. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Henk müsste da nicht mehr durch. Krass. Ehhh. Schnell oder nicht? Henning Hobbs genommen. Sehr gut. Oh nein. Henning an Hobbs. Kein Tag. Zwei. 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 Komm, Charge. Noch ein Marsch. Oh, Smoker, Smoker. Scheiß Fenster. Und den Menschen hast du auch verfehlt. Scheiß Fenster, ich konnte ja nicht durch die Fenster reinkommen. So, Harok, beschützt mich kurz. Musst heilen. Ich muss auch heilen. So stehst du da? Ja. Bin grad um dich rumgeschlitten. Wieso wirfst du zu mir eine Granate? Das hab ich eigentlich gemacht. Ich muss mich heilen. Ja toll. Jockey auf mir. Jockey auf mir im Gebäude. Jockey oben. Jockey oben. Ja, bin oben. Er wollte dich beschützen. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Hansa, vorne auf der Terrasse. Er ist auf der Terrasse. Schön. Vorne, hinten. Vorne, hinten. Vorne, hinten. Vorne, hinten. Oh ja. Sehr schön. Hier, du kannst rechts die Wand kaputt machen, ne? Geht das nicht? Warum kann ich diese Wand kaputt? Was soll eigentlich gehen? Trenk, komm. Trenk, komm. Henning, warte mal. Auf jeden Fall. Ist wie wir spawnen. Warte. Ich sterbe. Feuer. Feuer, Henning. Feuer. Sie haben alle Feuer. Du hast Wasser auch. Habt ihr ihn schon gesichtet? Da ist der Jockey, rechts vom Haus. Jockey, rechts vom Haus. Bin ich ein Trottel. Ich hole mir Hammer. Ja. Ich denke, Star ist unter uns. Im Haus. Jockey hat Armageddon? Ja, Jockey brennt. Oh, Feuer. Feuer. Feuer in the hole. Feuer in the hole. Scheiße. Oh, Falka. Schönes Ding. Sauber. Ich kann ihn nicht schmeißen. Fuck. Habt ihr ihn schon angekündigt? Nein, ich konnte ihn nicht schmeißen. Jetzt was er ist. 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 Ja, Arsch, was soll ich? Er kommt. Er Charger. Ah. Lass mich doch in Ruhe, Mann. Nein. Wir werden uns mal hier was machen. Wir stehen schon wieder an, ja? Das ist echt ein Problem für uns. Da ist er. Da ist er. Er ist tot. Er ist tot. Heilen wer muss. Komm, Jockey. Kann sich noch jeder heilen? Jockey. Opa. Malte, wo bist du? Ja, ich glaub da ist noch nicht weg, oder? Ich bin nicht mehr heilen. Malte, komm her. Komm her, komm her. Ich kann mich auch nicht mehr heilen. Ich kann mich auch nicht mehr heilen. Scheiße. Ich hab aber Tabletten sonst. Ja, hier, hier. Malte, bleib mal stehen. Was denn? Warum denn? Harok hat noch. Was? Du bist oben an der Hals-Lattung hängen geblieben. Ich bin hier hängen geblieben. So, Falka, du wählst die Pillen, ne? Ja, ja, mach ich jetzt auch. Oh, ich hab doch gefunden. Explodiert. Wer ist... Haben wir jetzt alle Mollys weggeschmissen? Habt ihr gut gemacht. Wenigstens etwas. Oder habt ihr die von oben schon? Dann müssen wir oben einmal zum Häuschen gehen. Dann war ja auch noch einmal. Ja, das war doof. Ja, aber da gehen wir ja nicht alleine hin. Ne, da gehen wir jetzt auch zusammen. Seid ihr alle da? Ja. Die Damen fehlt noch. Genau wenige, aber ja. Hat immer Glück. Die Damen fehlen immer, das weißt du, die brauchen länger. Ja. Ein Molli haben wir auf jeden Fall noch. Gut. Hier ist nix. In jeder Hinsicht brauchen Damen länger. Was ist da hinten im Haus? War da schon mal was drin? So. Was? Volker, war da hinten im Haus schon mal was drin? Ich war nicht im Haus. Ich hab Malte außerhalb geholt. Nein, da war nix mehr. Mach mal ein Huma. Leider mal. Ach so. Ha ha ha. Wir sollten jetzt mal zusammen anhalten. Sonst haben wir die nicht kaputt. Wir stehen noch alle. Wir stehen noch alle gut im Futter. In den Kopf, alter. Ja, ja. Was, bitte? Tank. Schmucker draußen, an dich. Ja, wir sind noch nicht. Wir sind noch nicht. Wir sind noch nicht. Wir sind noch nicht. Da ist das Geländer rausgeschossen, alter. Mit der Meloria runterzieht. Wo ist der denn? Was für ne Scheiße. Der ist unten runter. Immer dieselbe Kacke. Immer dieselbe Kacke. Ja, der hat mich. Immer dieselbe Kacke. Der hat aus der Map gekickt, alter. Ins Wasser, ins Wasser, Max. Hab ihr den Tank schon gesehen? Ja, der ist voll am Wasser. Ja, der ist im Wasser. Ja, der ist im Wasser. Ist er hinterm Haus? Immer erst löschen. Er kommt links vom Haus? Und nicht auf dem Platz. Nicht auf dem Platz. Hol dir irgendwie nen Ast oder so. Hier wirst du erschossen. Nice. Oh, Scheiße. Da hab ich eben gerade wohl den Nichtschwimmerbereich verlassen. Oh, Tank ist tot. Was? Okay. Ja, aber Armageddon auch. Ja, das war okay. Ja, das war okay. Ja, wieso ist der entdeckt? Weil... Der ist nach draußen geflogen. Er hat mich ins Wasser geschuckt und dann hab ich den... Smoker? Smoker? Smoker! Smoker! Oh, oh, ich seh nix. Jawoll! Nein! Ja! Schön, schön. Geht aufs Schiff, geht aufs Schiff. Scheiße, ich hab Jockey. So schnell aufs Schiff. Nein, ich bin nicht. Pass auf, der Jockey ist mit auf... Der Jockey ist noch mit am Schluss gekommen. Wir wollen auch geredet werden. Der Jockey ist noch mitgekommen. Ja, der wollte auch weg. Oh Mensch, Volker, musstest du kurz vorm Ende noch umkippen? Ich hatte nur noch drei. Musstest du kurz vorm Ende noch umkippen? Ja, reicht doch bis Ziel. Harok, jedenfalls sterbe ich am Ende von dem Level und den Kackpang. Ich unterstütze euch jedenfalls bis zum Schluss. Jedenfalls sterbe ich am Ende. Geil. Ehrlich. Schön, dass wir alle so richtig freundlich miteinander umgehen. Ja, natürlich. Also ich finde, wir sind heute richtig nett zueinander. Ja, du kennst. Also... Ich kenn alles. Ich hab schon alles miterlebt hier mit euch. Du hast auch alles schon gemacht. Das ist Teambuilding. auf dem feinsten Niveau. Du hast Jahre gesehen, Uwe, schon, ne? Ja. Aber Martin, ich wollte nur mal sagen, es funktioniert. Ja. Ja, aber wir sehen uns da und wir reden auch die 8 Stunden am Tag miteinander. Das ist das Gute. Ja, wir auch nicht. Das ist das Gute daran. Die 8 Stunden am Tag, wo du dich die ganze Zeit über die Leute aufregst. Dann kannst du dich hier rauslassen. wieder gucken. Woah, Mann. Das sind noch viel mehr Leute. Wo ist Peter? Wo ist Peter? Peter ist das. Peter machen wir jetzt mal kurz Kapus. Wo ist er denn? Ja... Oh. Ist er doch hier. Ich hab' ist er denn? Ja, du bist doch hier irgendwo gewesen. Da war das. Du bist da? Keine Sau. Oh nein, warte, das ist doof. Der Boomer hatte EINEN Job. Ja, EIN. Den haben wir verkackt. Den hab ich auch super erfüllt, oder nicht? Ja. Leute, ich schieß nicht, bitte. Ja, bitte. Nein, also ich glaub, es wär... Seid ihr eigentlich alle Leute? Oh, der hat mich. Danke. Boomer, Boomer, Vorsicht, Vorsicht. Habe ich. Hunter. Oh Gott, der Bauch. Wisch mal die Rohrbombe, bitte. Warum? So ist das doch gar nicht. Können wir nächstes Mal werfen, wenn wir uns gegen haben. Charger. Wo? Wollte mal sagen, wo denn? Ich weiß nicht. Er wollte's einfach mal sagen. Er übt schon noch für den Ernstfall. Ja, ich hab ihn gefunden. Charger. Ja, ich hab gesagt, da ist ein Charger. Ja, du bist ja vorbeigelaufen, um ihn zu töten. Ich hab einen Boomer gefunden. Ja, Rohrbombe. Ja, ich mach Punkte, wuhu. Und zack, vom vierten auf den ersten Platz. Wer kann sein, der läuft was? Ach, das ist eine Rohrbombe. War jetzt irgendwie verschwendet, Leute. Gar nicht. Och, ich glaub schon. Ich hab's mal auf Masch gehört. Ich hab's ja gesagt. Warum nicht auch mal auf Masch gehört. Ja. Und, was haben wir da mal festgestellt? War das? Hunter von hinten. Hunter. Jockey. Jockey. Charger. Hunter. Hinterher. Hunter. Aber der Charger ist immer noch da. Neues Glück, Leute. Das war schön. Du hast Hunter gesagt, deswegen am kleinsten. Diesmal soll Henning zuerst werden. Ja. Das hat gut funktioniert eben. Ich weiß nicht, wie es funktioniert hat, aber es hat funktioniert. Geh gut los. Wir haben alle mal ein paar Punkte gemacht. So. Ich muss mich auch gleich heilen. Wir haben gleich vor allem schon mal komplett leer geschossen. Laser Sides. Nee, da sind keine. Das ist gelogen. Da ist ein Splitterhaufen. Ich hab nur mal einen Hunter. Hunter. Da ist ein Hunter. Irgendjemand muss mal schießen. Hunter. Kann ich mehr schießen. Hunter. Ist zu messern hier. Lecker. Schmeiß. Cover. Warte. Cover. Ich hab keine Moon mehr. Hier ist Feuer. Nehmt euch das Feuer. Was ist Feuer. Ich hab nur noch Feuer. Ich hab die Feuer. Ich hab nur noch. Schade. Hier. Jetzt ist dort. Wo sind die Müsionen. Warum sagt ihr denn immer Dinge, die nicht da sind? Das ist Smoker Hunter. Gar nichts ist da. Char-Char. Ja, Char-Char. Hat noch nicht mehr gespacht. Ich hab hier gerade ganz komisch gedacht. Warum? Ich weiß nicht. Das geht's gerade eben. Das ist ein Jockey. Wir sind zusammenbleiben, oder? Was war das denn für ein Jockey? Der war schon jetzt tot, der Jockey. Ich bin aus allen Richtungen einer losgefallen, aber ich muss ballern. Kann man nicht mehr überlegen. Wo war ich aus Hunter? Ah ja, ich versuch's aber ging nicht mehr. Ich helfe ihm. Ich cover den an ihm. Da guckt der Boomer durchs Fenster. Ja, dann lauf. Ich dachte, er schießt mich ja sofort, wenn ich am Fenster gerade vorbeigelaufen habe. Vorsicht vom Fenster. Haben sie ja nicht gemacht. Ist klar. Ist klar, Leute. Ist klar. Ist klar. Immer raub auf ihn. Spitter. Hör mich mal hier mal in die Cover nehmen. Jockey. Hunter. Hat mich. Hallo, er ist tot. Ja, schuldige. Ich hab' mir aber gegenseitig. Weißt du. Ist das da? Ich steh' mich genau in die Schussbahn, wo ich gerade den Hunter erschieße. Und dann fallert er auch Heddy. Ja, ja, ja. Zwei Karte. Na, ein von unten. Ja, ja, ja. Mal aufpassen. Ich hab' mir das Gefühl gleich für den Fällen kommen. Jockey. Zack. Cover. Oh, man. Ich muss mich mal heilen hier. Bitte. Hallo. Boomer. Schieß' dir mal den Boomer ab? Nein. Gut. So? Aber lass' mich das erstmal machen. Ja, das war wirklich kurz vor knapp. Oh. Char-Job. Char-Job. Char-Job, wo? Oh. Hier, lass' uns hinters Haus zurückziehen. Das ist da. Da ist der Tank. Beim Haus. Jo, er brennt. So. Oh, Volker. Was? Hier zu mir, zu mir. Muss ich einfach löschen. Brauch! Smoker, Smoker, Smoker! Mascht rechts! Rechts! Kanter! Get it on! Voll! Oh, fuck! Liege hier hin, ne? Oh, nö! Mascht! Targa! Tank! Es ist nur noch auf Mascht! Sehr gut! Help me! Mascht war ne geschossen! Nein! Sie sollt wie viele Smoker haben! Du hast mich nur weggeschubst! Du hast mich ja nicht mal getötet! Ich hab ja gar nicht gesehen, diese Smoker! Ich hab keine Munition! Du hast Marcel befreit! Du hast mich weggeschubst! Du hast mich nicht getötet! Ich hab ja mich weggeschubst! Ja, ich dachte, er totet dich! Wenn ich recht klicke, dann er tut! Ey, ich geb mir Mühe, ja? Ich hab meine Finger geschnitten heute! Warum? Weil das Kratzen jetzt nicht so wehtun soll! Scheiße! Oh ja, ich hab ja richtig getötet! Ich dachte, der Smoker war tot! Scheiße! Äh, scheiße! Ahhhh! Falsch gedacht! Lass ich noch eine kurze Runde? Nö! Nee! Es sind 20 Uhr! Äh, 22 Uhr! Ja und? Morgen ist noch Freitag! Achso! Wie der Name schon sagt, Freitag! Ja, Freitag hat man immer frei, ne? Ja! Ist auch meine Meinung! Du setzt das ja aber auch so um! Ist nur meine Meinung! Achja! Was ist das? Das ist mein scheiß Handy! Oh... Dass es das ja ist machbar wie stark! Wie millise ich intentieren es pronounce mit dir! Oh! Vielen Dank.